So, ich probiere wieder eine Woche mein Essen aufzunehmen, da es doch hin und wieder gefragt wurde. Also, der Tag beginnt mit einem 2 Liter Tee und da drin ist zum einen Spirulina und zum anderen Reishi. Oder Reishi, je nachdem wie man es ausspricht. Genau, und nicht zu vergessen, Stevia. So, jetzt ist Mittag und es gibt wieder 2 Liter Tee. Und dazu werde ich mir jetzt diese Sprossen alleine in den Kühlschrank stellen. Das ist ein Mix aus Brokkoli, Alfieber und aus Hanfsamsprossen und da hinten sind Linsensprossen. Da mache ich mir dann immer in der Flasche hier hinten quasi Saft und gebe dann einfach so einen großen Schluck immer in mein Getränk. Also nochmal 2 Liter, das ist jetzt ein Gewürztee mit Fenchel und Kardamom, weil das für meine Konstitution, Pita und für mich generell, das wirkt halt sehr gut. Das sind die einzigen beiden Gewürze, die ich idealerweise nehmen sollte, laut Ayurveda. Aber das schmecken halt im Tee total gut, deswegen mache ich das. Und genau, und das gibt es jetzt. Ich esse derzeit eigentlich fast jeden Tag eine Mahlzeit pro Tag, aber es gibt so ganz kleine Dinge, die den Blutzuckerspiegel eben nicht erhöhen, die ich dann auch mal so esse neben den Getränken. Und dazu zählt zum Beispiel auch dieser Vitalpilz hier. Den esse ich jetzt und ja, das war's. So, jetzt ist es 17 Uhr und ich habe mir hier einen Salat gemacht aus Grünkohl, aus Paprika, aus Sprossen und Möhren. Und dazu werde ich jetzt mir noch ein Dressing machen aus Leinsamen und Orange. Und eventuell noch ein paar Gewürze reinmachen, das kippe ich dann da drauf und dann mal sehen, das ist jetzt so ein, so ein großer Salat. Und wenn der nicht reicht und wenn ich dann noch Appetit oder Hunger habe, dann esse ich wahrscheinlich danach noch ein paar Orangen. Dann würde ich das aber jetzt hier festhalten. So, jetzt gibt es wieder zum Morgen zwei Liter Tee. Nur mal eine Information an alle, die Spirulina nutzen. Tut das vorher einfach ein Stück Tee in so ein Glas, in so ein Mixglas. Dann macht das Spirulina rein und dann mixt ihr das in so einem kleinen Mixer. Und dann tut das Spirulina auch nicht klumpen. Und zusätzlich zum Spirulina und dem Reishi-Pilz kommt jetzt in mein Tee der Saft von den Sprossen gestern. Bleibt nicht viel übrig, das waren vier Gläser, große Sprossen und so ein bisschen Saft. Und da kommt immer so ein kleiner Schwapp auch hier rein und das kommt dann in das Getränk. So, ich habe jetzt mittlerweile die zweite Flasche hier ausgetrunken, also nochmal zwei Liter getrunken. Dann machen wir gleich die dritte Flasche, bin ich dann bei sechs Liter. So ungefähr 15 Uhr und jetzt esse ich einen Shitake-Pilz. Der Shitake-Pilz ist genau wie der andere Pilz. Ein Ziegenbord heißt er, glaube ich, ein Vitalpilz. Und der Blutzucker wird dadurch zumindest bei mir nicht so angehoben, dass ich dann irgendwie Hunger habe. Oder nicht mehr, als ich jetzt ohnehin schon habe, wenn es 15 Uhr ist. Und ja, den esse ich wirklich jetzt einfach zwischendurch. Ich bezeichne den nicht als Mahlzeit, sondern es ist tatsächlich ein Vitalpilz. Und deswegen esse ich den auch, weil ich das mal testen möchte. Ich habe euch gewandt, es wird langweilig. Es gibt wieder zwei Liter. Diesmal habe ich hier dieses Bambu reingemacht. Das hat mir einer von euch geschickt. Das ist so irgendwie so mit Gerstengrassaft irgendwas, so ein Mix. Und ja, den mache ich einfach in den Tee rein, siehst den dann noch. Und ja, das sind jetzt zwei Liter. Das heißt, wir sind jetzt heute bei sechs Liter angekommen. So, und jetzt gibt es meine Mahlzeit. Das ist Pastinage, das ist Grünkohl, das ist Möhre. Und das Dressing besteht aus Leinsamen, aus Cashews und aus Hefeflocken, aus Zitrone und sehr viel Pfeffer. Mir ist leider die Pfeffermühle reingefallen. Aber der Rexco, der macht halt auch so eine Pfeffermühle locker platt. Und ja, ne, ne, natürlich nicht. Also, aber die Pfefferkörner sind mir reingefallen. Und dann habe ich hier noch gepufften Amaranth. Das hat mir einer von euch zugeschickt. Und ja, er ist halt einfach mit. Wird verwertet. Bei mir wird halt wirklich alles verwertet. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das ist ein schöner, großer Salat. Und das ist sozusagen mein Tagesmahl. So, jetzt zum Morgen gibt es jetzt mal keinen Tee, sondern Wasserkefir. Da haben wir Wasserkefir angesetzt. Die Kristalle unten haben sich auch schon gebildet. Also so ein fermentiertes Getränk. Und ja, und da werde ich jetzt sozusagen die ganzen, durch die Rosinen und die Zitronen, werde ich ja abschöpfen. Und ja, einfach nur das fermentierte Getränk trinken. Und ja, immer gespannt. Es blubbert noch. Es ist gesund. Und wercht euch neuen ansetzen. So, ich trinke jetzt meinen ersten Wasserkefir. Selber gebraut. Sehr gespannt. Habe noch nie Wasserkefir. Doch einmal habe ich Wasserkefir von Ming. Aber die sagte so, naja. Der war halt eher so ein bisschen wie Zuckerwasser geschmeckt. Und da war glaube ich nicht so. Aber der hier, der riecht auf jeden Fall sehr intensiv nach so ein bisschen Essig. Ich habe den vier Tage lang ziehen lassen. Normalerweise lässt man den zwei, drei Tage, aber ich dachte, ich habe jetzt halt noch ein bisschen mehr. Okay. Da blubbert auch noch. Also hat Kohlensäure. Ein bisschen Angst. Das schmeckt wirklich ein bisschen wie Essig. Deswegen sollte man den wahrscheinlich noch zwei, drei Tage ziehen lassen. Boah. Boah. Aber man gewinnt sich dran. Hahaha. Das ist echt. Also sauer. Mh. Bitter und süß. Irgendwie so. Boah. Ich kenne saut. Aber scheint gesund zu sein. Ne. Und mein. Auch so sehr ich jetzt. Das ist ein gutes Beispiel für Konditionierung versus Intuition. Mir schmeckt das nicht. Weil ich so ein Geschmack, darauf bin ich nicht konditioniert irgendwie. Da ist auch ein bisschen Alkohol drin. Gärung. Keine Ahnung. Und ich trinke ja kein Alkohol. Ich bin da nicht drauf konditioniert. Und ich finde, das schmeckt mir irgendwie nicht. Das könnte jemand sagen und sagen, hey, das schmeckt nicht. Christian, du hast ja mal gesagt, wenn es nicht schmeckt, dann solltest du es nicht trinken oder essen. Nicht eben, wenn es konditioniert nicht schmeckt. Das schmeckt konditioniert nicht. Aber mein Körper sagt so, ja, lass mich nochmal dran nippen. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ja. Ja. Auch wenn es jetzt nicht so schmeckt. Und das ist genau, dass dieses kleine Flemmchen, umso häufiger er das hört, umso häufiger er auf das Flemmchen hört, umso mehr könnt ihr auch intuitiv entscheiden. Und intuitiv schmeckt das total, also offensichtlich schmeckt das mir total nicht. Aber intuitiv denke ich, oder fühle ich, besser gesagt, das könnte meinem Körper gut tun. Ach, ich werde auch nicht das ganze Glas trinken, sondern immer mal ein bisschen. So, jetzt gibt es wieder den Standard-Tee, 2 Liter und das ist jetzt schon meine zweite Flasche. Das heißt, ich habe jetzt 2 Liter getrunken und habe mir gerade wieder nachgefüllt. Und ja, wenn man so viel trinkt, also zwischen 8 und 10 Liter am Tag, dann ist es so, dass man natürlich den Tee immer vorrätig haben muss. Und deswegen habe ich immer so einen riesen Topf, wie man das sieht, der hier voll mit Dreck ist und dann hier voll mit Tee ist. Und ja, das ist halt so ein großer Topf und dann tue ich dann halt immer hier sozusagen Tee auf Vorrat in meine beiden Mixbehälter reinmachen. Und ja, und jetzt werde ich sozusagen dann meine 2 Liter Tee trinken. Hier ist diesmal drin, reiche Pulser Pfefferminzöl und ja, Tee. Den Tee, den mache ich immer in so einem Gewürzding, wo ich die Gewürze reinmache. In dem Fall war das jetzt Kardamon und Fenchel und ja, genau. Und das koche ich dann hier aus und dann war es das. Das Grün-Tee und Schwarz, den nutze ich halt nicht, den nutze ich für mein Kombucha. Also wieder früher, Nachmittag und ja, jetzt esse ich einen Vitalpilz. Und ja, ich sage das, glaube ich, gestern schon, das ist für mich jetzt nicht wirklich eine Mahlzeit, sondern es ist halt einfach tatsächlich so gesundheitlich motiviert, einfach einen Vitalpilz zu essen. Ich habe das auch schon gemerkt, der Blutzuckerspiegel dadurch wird kaum angehoben. Ich habe dadurch nicht plötzlich Hunger und er kann einfach wirken ohne Zusammenwirken von anderen Lebensmitteln. Also ein Pilz, gerade so ein Vitalpilz hier, der entgiftet sehr, sehr stark den Körper. Und ja, da soll dann auch der Körper auch wirklich das als einziges haben und spüren und nicht irgendwie mit Verdauung beschäftigt sein, außerhalb dieses Vitalpilzes natürlich. Immer zwei Liter. Jetzt habe ich mal ein bisschen so einen grünen Pulvermix gemacht und einen Hauch von Vanille reingetan. Und ja, mal schauen, wie es schmeckt. Wow, schmeckt sogar echt gut. Also so ganz wenig Vanille, ist ja schweineteuer, aber so ganz wenig Vanille ist trotzdem geschmacklich zu spüren auf zwei Liter. Ja, richtig geil. Kannst du mir trotzdem nicht leisten, aber wenn jemand Vanille übrig hat, dann hätte ich ihn jetzt gerne. So, es ist schon abends und tatsächlich hätte ich es geschafft, jetzt nichts zu essen. Es ist jetzt, wäre sicherlich kein Thema, jetzt einfach nichts zu essen, aber ja, ich esse halt trotzdem was. Und ich habe zwischendurch nochmal zwei Liter getrunken, auch wieder Kräutertee mit Spirulina und mit Reishi-Pilzen. Und jetzt esse ich, ja, Möhrenchips. Das Tiernarm, ich habe mich das auch irgendwann mal empfohlen. Ja, Einzelfuttermittel für 100 und das kaufe ich mir jetzt. Äh, das kaufe ich mir jetzt, esse ich jetzt und genau, das ist mein Abendbrot. So, jetzt gab es wieder zwei Liter von Tee. Diesmal habe ich Kardamon-Fenschel einfach in, also Kardamon-Fenschel-Tee gemacht. Und genau, und dann einfach wieder grünes Pulver reingemacht. Ein bisschen Reishi-Pilz und das erste Mal heute den Cordyceps-Pilz. Weil mit dem Reishi habe ich jetzt ein Gefühl entwickelt. Und ja, jetzt kommt halt der Cordyceps drauf und ja, mal schauen, was da passiert. Auf jeden Fall fühle mich, ja, leicht angeregt. Aber ich muss halt erstmal sozusagen re-evaluieren, ob das tatsächlich vom Cordyceps stand oder nicht. Auf jeden Fall, ja, mache ich mir jetzt gerade eine zweite Flasche mit Tee. So, und nun, der heutige Vitalpilz, den ich mir ausgewählt habe, ist der Shiitake-Pilz. Und ja, der Shiitake-Pilz, das ist der meiste von euch sicherlich ein Begriff. Das sieht manchmal ein bisschen komisch aus für unser Gefühl, ne, mit diesen weißen Punkten oder so. Das ist aber vollkommen normal bei dem Shiitake-Pilz. Und ja, den werde ich jetzt sozusagen als Vitalpilzmarkt-Mahlzeit essen. Dazu habe ich Mehl draus gemacht, indem ich Hafer gemörsert habe und dazu halt eben Koriander, Koriander, was war es? Koriander, Kurkuma war nicht drin. War vorhin übrigens auch beim Linsen nicht drin, sondern es war nur drin Koriander und Boxhornklee. Genau, Koriander und Boxhornklee und dazu Salz und Wasser und Hafer halt. Und das habe ich jetzt hier gemacht und dazu habe ich mir einen Tipp gemacht aus Leinsamen, aus Hanfsamen, aus Cashews und Shiitake und Reishi-Pilzer. Genau, und noch ein bisschen Salz. Genau, das ist jetzt meine Mahlzeit des Tages. Und zum Nachtisch gibt es noch vier Orangen und zwei Äpfel. Der Tag beginnt wieder mit einem großen Pott Tee. Meine Mahlzeit des Tages ist heute ein Salat aus Grünkohl, aus Möhren, aus Tomaten, aus Gurken, aus Blumenkohl und ja, das alles wieder mit einem leidensamen Dressing. Das besteht aus, ja, leidensamem Wasser und Schnittlauch. Jetzt ist wieder meine eine Mahlzeit pro Tag und die wird sich heute etwas größer gestalten. Ja, also es ist halt sehr, sehr lecker. Weil das ist übrigens von mir, das ist Rohkostbrot mit einem Vitalpilz-Dip. Sehr, sehr lecker, aber wahrscheinlich stinke ich halt abgeben die vielen Köstlichkeiten hier, die vor allem sehr, sehr süß sind. Trinken gibt es den ganzen Tag auch wieder diese Kräutertee, Vitalpilz, Ingwer, Kurkuma-Mischung, wie auch immer, wisst ihr Bescheid. So, das war's dann für die Woche. So, das war's dann für heute Morgen.